Herzlich willkommen zu Teil 3 meines Scrabble-Sommers mit drei Turnieren innerhalb eines Monats. Angefangen mit der Deutschen Meisterschaft, da wurde ich Dritter, dann mit dem Saarland Cup, da wurde ich Zweiter und jetzt noch mit den Mannheimer Matches. Und wenn man diese Zahlenfolge logisch fortführen will, dann wäre es jetzt ja schön, wenn ich hier Erster werden würde. Und in diesem Video könnt ihr wie immer verfolgen, ob mir das gelungen ist. Ich möchte zwei super spannende Spiele besprechen, die ich in diesem Turnier hatte, ein paar Situationen zeigen. Ihr könnt miträtseln, was ihr gespielt hättet. Viel Spaß! Die Mannheimer Matches sind ein fester Teil meines Scrabble-Jahs, allein schon natürlich, weil ich es nicht weit habe aus der Brücken. Aber ich mag auch die Leute, ich mag den Spielort und ich mag das Equipment. Denn man sieht auf dem Foto hier schon, dass das hier kein übliches 0815 Scrabble-Brett ist, sondern eine edlere Variante. Das hier ist ein Drehbrett. Diese Bretter sind im internationalen Scrabble-Standard, würde ich sagen, aber in Deutschland bisher nicht verbreitet. Allein schon, weil sie sehr teuer sind und gar nicht hier produziert werden. Aber im Mannheimer Club wird traditionell damit gespielt und deshalb auch beim Turnier. Die Dinger haben zwei Besonderheiten. Zum einen, wie der Name schon sagt, kann man sie drehen. Dadurch kann immer die Person, die am Zug ist, gerade da drauf schauen. Die andere schaut auf den Kopf. Statt dass, wie sonst bei Turnieren, beide so ein bisschen schräg von vorne da drauf schauen. Und der zweite Punkt ist das Gitter für die Buchstaben, das man hier schon ein bisschen sieht. Und hier noch deutlicher, diese Einfassungen, durch die die Buchstaben dann ganz ordentlich darliegen. Und das ist auch der Grund, warum ich diese Bretter so gern mag. Was untypisch ist, denn wenn ihr meine Frau fragen würdet, ob ich ein ordnungsliebender Mensch bin, dann würde sie nur lachen, glaube ich. Aber das hier finde ich so viel schöner als ein normales Scrabble-Brett, wo die Buchstaben so wie hingeworfen aussehen, dass ich diese Bretter deshalb allein so gerne mag. Das Drehen ist mir eigentlich egal und das machen viele Leute auch gar nicht beim Turnier, weil wir es anders gewöhnt sind und es dann eher verwirrend ist, wenn das immer hin und her wechselt. Aber die Optik dieser Bretter finde ich toll. Möchte man sich doch direkt einrahmen und an die Wand hängen. Okay, damit haben wir genug über Bretter geredet. Zum Turnier an sich. Es fanden zehn Runden statt. Am Ende gab es kein Finale. In den Turnieren, die ich hier zuletzt besprochen habe, gab es ja immer ein Finalspiel. Aber eigentlich ist das die Ausnahme. In der Regel gewinnt einfach die Person, die nach der letzten Runde die Tabelle anführt. 19 Leute nahmen teil. Relativ kleines Feld. Darunter waren auch drei, die ihr erstes Turnier spielten, was immer sehr positiv und bemerkenswert ist. In diesem Fall aber umso mehr, weil bei diesem Turnier auch als weitere Besonderheit mit 25 Minuten gespielt wurde pro Seite statt den üblichen 30. Das ist immer noch machbar, aber Erfahrung hilft dann. Und wenn man das zum ersten Mal macht, ist das ganz schön anspruchsvoll. Von daher Hut ab dafür, wie gut die drei das hinbekommen haben. Ich habe die ersten beiden Ausgaben dieses Turniers gewonnen. Von daher konnte ich hier also auf den Headtrick hoffen. Aber es gab natürlich wieder große Konkurrenz. Und die größte Konkurrenz muss ich wahrscheinlich gar nicht erwähnen, wenn ihr meine letzten Videos geschaut habt. Ben, wer sonst? Ben Berger war auch wieder am Start. Wir sehen ihn hier mit seinem Besten. Ich weiß schon, was du in den nächsten drei Zügen machen willst. Und ich rate dir dringend, es nicht zu tun. Blick. Das Spiel gegen ihn wird auch der Kern dieses Videos sein. Denn das wurde wieder mal absolut dramatisch und spannend. Und das solltet ihr euch also anschauen. Dafür solltet ihr dranbleiben. Ihr seht auch unten im Videoregler die Abschnitte des Videos, wenn ihr direkt dort hinspringen wollt. Aber davor gehe ich noch ein bisschen auf die Spiele davor ein und ein paar Züge aus diesen Spielen. Dann den Showdown mit Ben und dann noch ein weiteres super spannendes Spiel. Danach fangen wir vorne an. Und das heißt in diesem Fall mit einer Niederlage. Ich verlor mein erstes Spiel gegen einen Spieler, der noch nie gegen mich hatte gewinnen können bei Turnieren. Und mit dem es regelmäßig so war, dass ich sämtliches Glück habe in unseren Spielen und der alles Pech. Also so ein bisschen Angstgegner für ihn. Und jetzt wurde das dann mal durchbrochen. Und wie? Schon bei der Startbank kennt nicht jeder den Bingo, der hier drin steckt. Also stecken zwei Bingos drin. Und er fand einen von den beiden, nämlich Serbeln. Wie immer gilt, wenn ihr selbst die Züge suchen wollt, dann müsst ihr das Video schnell anhalten. Weil ich da natürlich direkt weitermache. Ich spare hier erstmal, tausche und im nächsten Zug wird erneut gespart. Beides auch richtig, sagt die Computeranalyse. Hier probierte mein Mitspieler dann den nächsten Bingo, der auch plausibel ist, aber nicht so funktioniert, nicht so im Duden steht. Nämlich Ockernim. Also etwas ist Ockerfarben, aber es ist auch Ockern. Schwer zu sagen, fanden wir beide. Ich habe es dann angezweifelt, weil ich es natürlich anzweifeln muss, wenn ich nicht sicher bin. Und tatsächlich steht es so nicht im Duden. Das heißt, das musste er zurücknehmen. Und ich konnte ihn dann hier erstmal ein bisschen aufholen, denn hier habe ich einen Bingo, beziehungsweise mehrere Bingos. Auch hier könnt ihr gerne suchen. Ein normales Wort ist auch dabei, nämlich der Genitiv von Urlaub, des Urlaubes hier. Aber für mehr Punkte gibt es noch das etwas seltsamere Wort Laurusse. Und das spielte ich also hier. Dann war es also erstmal ein bisschen eng, aber der nächste Volltreffer gelang dann ihm. An dieser Stelle, nächster Bingo, hasteten da oben. Und jetzt kam die interessanteste Situation, die ich hier kurz noch zeigen will. Ich habe einen Blanco. Ich habe Buchstaben dazu, mit denen vielleicht den Bingo geht. Und auch hier gibt es tatsächlich einen. Sucht den auch gerne kurz, wenn ihr wollt. Und er lautet Einström an dieser Stelle. Oder man kann es auch hier hinspielen, was aber natürlich noch deutlich mehr aufmacht hier unten und damit riskanter ist. Aber auch dieser Bingo ist nicht unbedingt der beste Zug, dachte ich mir hier in dieser Situation im Spiel schon. Weil es genau ein konkretes Problem damit gibt. Dieses konkrete Problem ist ein Buchstabe, nämlich das Y. Wenn er jetzt das Y haben sollte, dann ist das hier natürlich eine sehr gefährliche Stelle neben dem M. Wenn er dort Yen oder Yin hinlegt oder Dün mit Öd, dann sind das 70 Punkte und mehr. Und das Y kommt noch und die Hälfte der Buchstaben ist schon verbraucht. Das heißt, da noch etwa 50 Buchstaben fehlen und er 7 gezogen hat, 7 zufällige nach dem Bingo, ist die Wahrscheinlichkeit etwa 7 aus 50 oder 15 Prozent, dass er das Y hat. Und damit ist es eine Überlegung wert, vielleicht hier nur Nö zu spielen. Denn es gibt öfter mal die Situation, dass man den Bingo gar nicht spielen sollte, wenn man woanders gute Punkte machen soll, kann und den Blanco behält. Und das mache ich hier ja beides. Und wahrscheinlich habe ich auch im nächsten Zug noch einen Bingo. Ich habe ja M oder S, womit ich an Jam hier wunderbar anschließen kann. Das heißt, die Bingo-Stelle ist nicht das Problem. Auch das E bleibt ja frei. Und dann ist es eine Überlegung wert, zu sagen, ich nehme erst jetzt 35 Punkte für Nö und spiele dann im nächsten Zug den Bingo. Aber andererseits sind die 82 Punkte, die man hier jetzt bekommt, eben auch 82 Punkte. Will man das wirklich verschenken? Fand ich es super schwer zu entscheiden. Und wenn sowas schon schwierig abzuwägen ist, dann ist häufig das Ergebnis in der Analyse nachher, es ist auch beides gleich gut. Im Durchschnitt bringt es einem gleich viel. Aber der Durchschnitt ist natürlich nicht der Einzelfall. In diesem Fall habe ich den Bingo gelegt und tada, natürlich ist das Y da. Und dann denkt man sich im Spiel natürlich schon, ich habe es geahnt. Jetzt kommen hier die 75 Punkte. Dadurch wird es schwer. Auch diesen Zug fand ich knifflig. Will man erst das X loswerden mit Accent zum Beispiel oder erst die ganz schwiegige Kombination aus P und G aufräumen mit Peng. Ein häufig sehr nützliches Scrabble-Wort, Peng. Ich habe mich letztendlich dafür entschieden, habe mit dem X eher noch die Möglichkeit gesehen, gleich Punkte zu machen. Machte das ja auch mit Lux. Und dann, ja, wurde ich aber doch ein bisschen durch die weiteren Buchstaben ausgebremst. Und vor allem kamen dann ein paar Züge von ihm. Später hier der nächste Bingo. Auch hier könnt ihr gerne suchen, ob ihr einen finden würdet. Er spielte Drapiere. Und ich bekam dann noch ein bisschen Hoffnung, dadurch, dass ich das Q hier für 46 Punkte nutzen konnte. Aber dann kam im Endspiel, am Ende des Spiels, von ihm hier Mink für 50 Punkte zurück. Und damit war das Ganze gegessen. Also wenn jemand einfach halt auch 480 Punkte vorlegt, dann verliere ich halt auch mal. Und dann freue ich mich natürlich auch für den Spieler, gerade wenn das immer so verflixt für ihn war in den Spielen gegen mich. Aber dadurch startete ich also mit 0 zu 1 und es wurde erstmal nicht unbedingt einfacher. Runde 2 gegen jemanden, den ich als Menschen sehr angenehm, aber als Scrabble-Gegner sehr unangenehm finde, weil er super gut defensiv spielen kann und irgendwie seine Spielweise mir nicht liegt. Also bei manchen Leuten hat man das Gefühl, da kommt man nicht so richtig zurecht. Und dann schleichen sich auch eher Fehler ein. Und so war es in diesem Spiel ganz stark. Bis dahin soweit alles richtig gemacht von mir. Aber hier kommt der erste Fehler. Und ihr könnt gerne miträtseln, was ist hier der beste Zug, um diese Konsonanten-Kombinationen aufzulösen. Ich fand die nicht. Ich kam nur auf DOM an der Stelle dort, um die ganzen Verlängerungen mitzunehmen. Die Lösung wäre der Plural von DOGMA gewesen. DOGMIN. Schönes Wort, finde ich. Über 40 Punkte an der Stelle, glaube ich. Ja. Und das wäre natürlich deutlich besser gewesen. Und kurz danach ging es weiter mit dem nächsten Fehler. Er machte hier Druck, indem er seinen Blankcode durchaus sinnvoll hier, denke ich, benutzte, um das Öl zu versechsfachen letztendlich. Und damit bin ich hier weiterhin erstmal hinten. Und in dieser Situation fand ich nur Bräu als die vermeintlich beste Option. Das, was der Bierbrauer braut, ist das Bräu, glaube ich. Aber es hätte ein sehr schönes Wort gegeben, mit dem man hier 38 Punkte hätte machen können. Das Wort kennt ihr alle und es ist auch an einer nicht irgendwie versteckten Stelle. Von daher ein schönes Rätsel hier, wenn ihr das kurz machen wollt. Und als kleiner Hinweis. Ich hätte mit diesem Wort für den Sonderpreis nominiert werden können, den es bei diesem Turnier für das schönste Tier- oder Pflanzenwort gab. Und mit diesem Hinweis die Auflösung. Der Eisbär an dieser Stelle wäre es gewesen. Das Ä wird verdoppelt und dann das Wort noch verdoppelt. Und deshalb ist es 38 Punkte wert. Das hätte mir eine bessere Chance gegeben. Habe ich nicht gesehen. Auch ganz normale Wörter kann man mal verpassen. Und hier kommt der nächste kleine Fehler. Auch hier hätte es eine bessere Option gegeben als mein Sie hier als Parallelzug. Die ist ein bisschen schön versteckt, aber ganz niedlich eigentlich. Das ist jetzt also eine Übung in Board Vision. Überblick auf dem Brett. Sucht auch hier gerne den besten Zug. Der lautet in diesem Fall Hitzig. Er hat vorhin zig dahin gelegt und das kann ich jetzt hier verlängern. Und ich hatte die Stelle auch im Blick, aber bei diesem Zug habe ich sie dann nicht mehr bemerkt. Da hatte ich sie wieder aus den Augen verloren. Dadurch blieb es ganz knapp und dann hatte ich eine Menge Glück, dass ich mir hier am Ende noch ein Bingo zusammengezogen habe. Auf einem Brett, bei dem es nicht mehr viel Platz für Bingos gibt. Nachdem er hier mein C mit Schere so punktreich nutzen könnte, dachte ich eigentlich schon, das wird nichts mehr. Aber hier habe ich dann noch den Schlussbingo straften. Oder es ist kein Schlussbingo, denn einen Buchstaben ziehe ich noch nach. Und die nächsten Spieler liefen dann doch mal deutlich besser. Und nach 5 Runden war ich dann bei 4 zu 1. Ben hatte zu dem Zeitpunkt schon 3 zu 2 gespielt, hatte schon 2 verloren. Er hatte auch gegen meinen Gegner aus der ersten Runde verloren, der sich so ein bisschen als Favoritenschreck betätigte. Und 4 zu 0 führte nach 4 Runden. So ein bisschen Lauf hatte da vorne. Aber nach 5 Runden Ben also bei 3 zu 2, ich bei 4 zu 1 und jetzt spielten wir gegeneinander. Und das wird ja oft spannend, aber, und das mag ich eigentlich auch, diese Spannung. Aber ganz so viel Spannung wie in diesem Spiel brauche ich nicht immer. Damit rein in diesen Krimi. Meine Startbank war direkt schwierig zu entscheiden. Was würdet ihr hier tun? Würdet ihr öde spielen? Sieht erstmal ziemlich offensichtlich aus, denke ich. Warum nicht? 20 Punkte, was anderes kann man mit der Bank nicht machen. Aber es hat eine Menge Nachteile. Die Restbank passt gar nicht gut zusammen. Das W und K passen nicht gut für Bingos. Das W mag ich generell überhaupt nicht im Scrabble. Man legt mit öde natürlich auch Ben die 10 Punkte, die er dann verlängern kann, da frei hin. Man legt ihm ein E hin, das er vielleicht für Bingos braucht. Also die 20 Punkte sind letztendlich keine 20 Punkte wert. Man könnte auch E-Wish spielen. Das wäre sehr defensiv. Das kann man nicht mit einem N verlängern, kommt man nicht so gut ran. Und man behält das Ö für die Punkte vielleicht in den nächsten Zügen. Und die dritte Option ist, tauschen und E-E-K behalten. Oder vielleicht auch nur E behalten. Und das ist schwer zu entscheiden. Und die beste Option ist, nach Computeranalyse dann doch noch knapp öde zu legen. Aber nur ein bisschen dahinter sind Ewe und der Tausch mit E-E-K. Ich habe letztendlich getauscht. Gegen Ben spiele ich tendenziell vorsichtiger, würde ich sagen. Kleiner Fehler zum Anfang. Also Ben hat diese Bank. Das weiß ich jetzt, weil er alle Buchstaben hier hinlegte, die er hatte. Denn da ist ein Bingo drin. Den könnt ihr gerne suchen. Ben war sich nicht ganz sicher beim Wort. Hat es aber dann zu Recht riskiert. Nietung ist der Bingo. Damit geht er erstmal in Führung. Ich habe zu E-E-K das C nachgezogen. Das passt dann natürlich in dem Fall gut zu dem K. Aber U und Ü kommen dazu und stören. Und hier hatte ich jetzt das Problem, dass ich nicht mehr so oft habe intonieren. Nämlich, dass ich eine echte Wortlücke hatte und wirklich nicht wusste, ob es ein Wort gibt im Duden oder nicht. Nämlich Nücke. Und im Grunde hätte ich mir denken können, dass es geht. Denn was ist das für ein komisches Wort? Woher soll ich das kennen, wenn ich aus dem Scrabble? Also, dass ich an dieses Wort überhaupt denke, muss ja eigentlich heißen, dass ich es mal in der Wortliste gesehen habe. Woher kennt man das sonst? Ich weiß nicht, was das ist. Aber ich habe es hier nicht riskiert, weil ich doch bis hin zu unsicher war. Oder es einfach wirklich nicht wusste. Deshalb lieber getauscht C, E, E, K behalten, weil C, K natürlich eine super Kombination ist. Dann ist die Chance auf einen Bingo im nächsten Zug sehr hoch. Dummerweise kommt der nächste Bingo aber erstmal von Ben. Denn auch hier rätselt gerne, wenn ihr wollt. Schaut, was der höchstpunktige Zug ist. Denn den spielte Ben gar nicht. Ben spielte Umbauens. Aber er hätte deutlich mehr Punkte hier bekommen können. Ich weiß nicht, ob er den Zug nicht gesehen hat oder ob ihm der vielleicht zu offen, zu riskant war. Beides denkbar. Vielleicht, Ben, du siehst ja wahrscheinlich das Video, kannst du es gerne kommentieren. Und damit führt Ben mit 140 zu 0. Und wenn Ben ein Scrabble-Spiel mit 140 zu 0 beginnt, ist meistens nicht mehr viel Spannung drin. Aber das war in diesem Spiel dann noch ein bisschen anders. Denn jetzt kommt von mir erstmal selbst der Bingo. Ich spielte hier Flickere. Das Interessante daran ist, dass dieses Wort nicht gültig ist. Der gültige Bingo an dieser Stelle ist ganz ähnlich. Nämlich Frickele. Wunderschön. Dass der Duden das kennt, aber Flickere nicht. Und ich hatte hier Glück, denn Ben hatte da genauso wenig Zweifel wie ich. Und zweifelte es nicht an. Glück für mich also. Man kommt nicht oft mit dem ungültigen Wort gegen Ben durch. Er muss jetzt erstmal hier das Q loswerden. Wird dadurch ein bisschen ausgebremst. Und ich habe diese Kombination. Legte hier letztendlich ein Scrabble-Spezialwort, nämlich Panje. Ein nützliches Wort, weil es eins von ganz wenigen ist, bei denen das J nicht an erster Stelle steht. Aber es wäre deutlich besser gegangen. Aber die beste Option hier hätte ich nie im Leben finden können. Man kann hier, also das Wort habe ich gesehen, Piano. Aber ich habe keine Stelle gesehen, um dieses schöne Wort zu legen. Wenn ihr wollt, versucht mal zu raten, wo das hier für 40 Punkte hin könnte. Selbst wenn man das sagt, ist es nämlich wahrscheinlich nicht einfach. Es geht hier hin. Flickerei. Flickere ist ungültig, aber Flickerei ist gültig. Das ist dann, keine Ahnung, ist das sowas wie eine Näherei? Ben spielt Gönners des Gönners an dieser Stelle. Und das ist jetzt der Auftakt zu einigen Zügen von ihm, bei dem er den Fokus darauf zu haben scheint, möglichst lange Wörter zu legen. Möglichst viele Buchstaben auf einmal weg, damit weniger Buchstaben übrig bleiben. Und das Spiel sozusagen schneller endet. Also er möchte das Spiel beschleunigen. Möglichst viele Buchstaben weg, damit die andere Person nicht mehr so viele Chancen hat, noch aufzuholen. Das nennt sich Turnover. Das ist eine Strategie, die man nutzen kann. Und er will mir vielleicht auch Platz auf dem Brett wegnehmen, damit keine Bingos mehr hinpassen. Und das sehen wir in diesem Zug und auch in einigen weiteren Zügen, die noch kommen. Ich habe diese Kombination weiterhin kein E, kann aber ganz gut Punkte machen mit diesem schönen Mauerwerk hier. Sims von Simsen oder einfach der Fenster Sims. Und die Alternative Wege Stoi, warum auch immer das ein gültiges Wort ist. Von den Stoikern leitet sich das vielleicht ab. Stoi steht für sich, kann man nichts dranhängen an das Wort. Aber ich würde hier sagen, auch wenn die Computeranalyse beides nah beieinander sieht, dass Sims deutlich besser ist, weil man sich jetzt ja überlegen muss, wie man noch aufholen kann und wie man das Brett formen sollte, damit man noch aufholen kann. Und wenn ich das hier so lege, mache ich da rechts oben keine Stellen kaputt. Wenn ich Stoi lege, mache ich eher schon zu. Denn dann kommt man da rechts oben nicht mehr gut hin. An den S kann man nicht gut ranschließen. Und Ben muss sich dann nicht so Sorgen machen, dass da noch irgendwas passiert, dass da noch ein Bingo kommt. Deshalb hier erstmal alles offen lassen aus meiner Sicht und hier parallel reinlegen, statt eine Stelle kaputt zu machen. Ben spielt Du an dieser Stelle für sehr wenige Punkte, was natürlich immer ein Zeichen ist, dass er sehr gute Buchstaben hat und vielleicht gleich der nächste Bingo kommen könnte, was nicht gut für mich wege. Ich habe eine ganz komische Vokalkombination, aber kann zum Glück damit gut Punkte machen. Könnt ihr gerne den Zug suchen, der ist auch an der Stelle, wo wir die ganze Zeit hier sind. Und Jota für 32 und Duo und Quert. Glück gehabt, dass ich mit so einer schlechten Kombination noch so einen guten Zug habe. Hier muss man natürlich oft tauschen, wenn man sowas sieht. Also Glück im Unglück. Ben hat diese sechs Buchstaben und noch irgendeinen siebten, den ich nicht kenne, und spielt Gurkist hier unten. Und das ist ein ganz interessanter Zug, weil wieder untypisch für Ben, dass er so viele gute Buchstaben durchaus weglegt, statt sie zu sparen. Der Zug hier sind nicht so viele Punkte, das sind 22 und dafür gibt der E, S, T, R und das K ist auch ein guter Buchstabe weg. Das kann wieder nur die Strategie sein, denke ich, dass er möglichst viel Platz wegnehmen will, möglichst viele Buchstaben auf einmal weg, damit nicht mehr so viele kommen. Turnover-Strategie fand ich sehr interessant, dass er hier so gespielt hat. Heißt nicht unbedingt, dass es richtig sein muss, aber das ist dann ein Ansatz, den er verfolgt, um so einen Vorsprung zu verteidigen. Ich habe die Bank, die man rechts oben sieht, weiterhin kein Bingo, aber jetzt immerhin mal ein E. Und auch das, was man jetzt hier am besten macht, ist strategisch interessant. Zum einen kann man mit dem besten Zug hier einfach viele Punkte machen. Der beste Zug ist hier oben Honig, wieder parallel hier dran, also ganz viel Mauerwerk hier oben. Aber das ist nicht nur wegen der Punkte super, sondern auch, weil man das Brett jetzt aufteilt, aufsplittet. Also auf Englisch nennt sich das Forking the Board, Fork im Sinne von Weggabelung. Das führt dann dazu, dass zwei Bingo-Stellen auf einmal offen sind, die nicht beide gleichzeitig blockiert werden können. Und wir können das auch gerade mal ein bisschen visualisieren, nämlich auf diese Weise. Das ist sehr schön in diesem Programm. Das sind die Stellen, die man hier eingefärbt sieht, an denen der nächste Zug wahrscheinlich stattfinden wird. Und man sieht, diese beiden Stellen sind jetzt super und ansonsten gibt es fast keine. Man kann unter Gönners vielleicht was hinlegen, nämlich was dort ideal hin kann, sehen wir gleich noch in dem nächsten Zug. Aber sonst sind das hier jetzt die entscheidenden Stellen und man hat eben zwei davon aufgemacht und nicht nur eine. Wenn nur eine Stelle dort rechts wege zum Beispiel, dann könnte Ben viel leichter blockieren. Und das ist der große Vorteil bei diesem Zug. Aber ich habe den nicht gesehen, aber mein Zug hat die ganz gleiche Idee, Agio an der Stelle. Dadurch entsteht auch rechts eine Stelle und es entsteht oben eine bei ADs. Da gehen Buchstaben davor, nämlich B, F, J, D und R, Bades, Fades, Yades und Rades. Und die ist nicht so einfach zu erreichen, wie wenn man Honige gespielt hätte oder Honig, denn da geht ja jeder Vokal drüber quasi, außer dem I. Aber es ist natürlich trotzdem eine Stelle. Und es kann auch nützlich sein, wenn die gar nicht so einfach zu erreichen ist, denn dann ist sie natürlich auch für Ben nicht so einfach zu blockieren. Und wir können uns auch das kurz grafisch anschauen. Und jetzt sieht man, Agio wird deutlich seltener verlängert, weil man natürlich erstmal ein S haben muss. Jetzt ist die Stelle von dem A hier runter noch interessant und oben, die ist ein bisschen interessant. Aber jetzt wird öfter durch das T gespielt, weil die beiden Stellen, die ich jetzt geöffnet habe, nicht so häufig genutzt werden können. Das heißt aber eben auch, sie bleiben häufiger für mich frei, für Bingos sozusagen. Also alles sehr verzwickt. Da sieht man so die Unterschiede, die so eine kleine, unterschiedliche Wahl an Zügen schon machen kann. Und die Simulation hat sie auch korrekt vorher gesehen. Die Stelle an dem A ist jetzt mit am interessantesten für Bingos, denn da legt Ben jetzt seinen nächsten Bingo hin. Mahoni oder Mahonier. Ich weiß gar nicht, was es ist. Eine Pflanze vielleicht. Und ja, damit geht er 116 Punkte in Fügung. Aber trotzdem ist das Spiel noch nicht zu Ende. Und ich verspreche euch, es wird ganz spannend am Ende, obwohl Ben hier die ganze Zeit so weit vorne liegt. Ich kann jetzt erstmal ganz gut Punkte machen mit meiner Bank hier, mit einem weiteren Mauerwerk, Parallelzug, Hand hier rechts von Mahoni. Und behalte damit auch mein E sogar, was ganz gut ist. Ben macht hier unten diese Stelle zu. Wieder unter Einsatz zweier Es immerhin. Letze. Also er geht weiterhin vor allem auf das Ziel, mir Gelegenheiten wegzunehmen und gibt dafür durchaus auch gute Buchstaben aus. Ich habe jetzt allerdings extrem glücklich nachgezogen. Und das ist auch der Grund, warum es hier überhaupt noch knapp bleiben konnte im weiteren Spiel. Blanco bekommen und das Y bekommen. Und das ist jetzt der Jackpot, denn dafür gibt es diese Stelle. Und ansonsten kann man auf diesem Brett ja kaum Punkte machen im Moment. Aber das Y sind hier 64. Und deshalb war diese Stelle vorhin auch noch gelb eingefärbt, weil da eben manchmal ein Y-Zug hinkommt. Jetzt bringt er mir 64 Punkte. Und ich habe FHTÜ Blanco behalten. Und nachgezogen habe ich dazu ein L und ein T. Und, äh, nee, war das richtig? Ein L und ein E. Und damit hätte ich hier, wenn die Stelle frei geblieben wäre, 124 Punkte machen können. Man sieht es hier. Hülfest oder fühlest für 118. Und das habe ich natürlich schon gesehen, während Ben am Zug war. Ich habe also gehofft, dass er an diese Stelle nicht gut hin kann. Aber leider kann er gut hin. Sehr gut sogar 42 Punkte für Drehes, des Drehes. Das war schade, sonst hätte ich hier schon total das Spiel drehen können. Aber ich habe wieder Glück im Unglück. Oder eben jetzt zahlt sich auch ein bisschen das aus, was ich vorhin gemacht habe. Denn es gibt eben noch diese Stelle hier oben mit ADs, die es vielleicht sonst nicht gegeben hätte, wenn ich das dort anders gespielt hätte. Und dadurch kann ich dort Hülpflegen für 50 Punkte von Helfen, der ganz komische Konjunktiv. Und behalte sogar den Blanco. Damit bleibt es spannend. Ben ist am Zug. Jetzt kommen nur noch wenige Buchstaben. Dadurch, dass er so lange Wörter gespielt hat, geht das Spiel schon dem Ende entgegen. Und er legt hier relativ schnell Äxte für 35, denn das ist natürlich ideal. X wird verdreifacht und er nimmt die Bingo-Stelle weg unter diesem H, die natürlich jetzt die gefährlichste war. Jetzt können fast nirgendwo mehr Bingos hin. Und ich muss das schon genau treffen, damit ich vielleicht hier an das D links noch hin kann. Aber wenn man so eine Stelle treffen will, dann hilft es natürlich, wenn man beide Blankos bekommt. Den einen hatte ich gerade schon, jetzt habe ich beide. Ja, und damit ist also die Frage, kann ich an dieses D hier dran? Und ich sage relativ schnell eine Option, nämlich Stiemend. War dabei aber nicht komplett sicher. War ein bisschen unsicher, ob es dieses Wort wirklich so gibt. Und überlegte deshalb, ob ich das riskieren muss oder ob ich nicht irgendeinen anderen Bingo dahin lege. Hier, Stiemend wäre ideal, weil das M hier verdoppelt wird, bevor das Wort verdreifacht wird. Deshalb maximale Punktzahl. Aber ich dachte erst mal, ich bin so unsicher, um das zu riskieren. Ich spiele lieber was anderes. Und dann eine Weile später dachte ich, aber was eigentlich? Welche Bingos gibt es hier eigentlich noch an das D? Mit zwei Blankos sollte man meinen, dass es noch ein paar gibt. Aber Fehlanzeige. Stiemend ist der einzige Bingo. Und von daher kann ich froh sein, dass ich den überhaupt gesehen habe und ihn mich letztendlich dann auch getraut habe zu legen. Und er ist eben auch gültig. Ben hat ihn auch nicht angezweifelt. So weit, so gut. Jetzt habe ich ja ein wunderbares Comeback gehabt in diesem Spiel. Bin super zufrieden. Also 0 zu 140 gegen Ben starten und dann so aufholen. Es macht Spaß. Ben macht keinen Spaß, aber mir hat es sehr Spaß gemacht bis hierhin. Und jetzt kommt der Hall of Shame Zug an meiner Stelle. Ben legt 13 Punkte hinten und mit dem C und dem V hat er ein Problem zu viel. Er kann nicht beides auf einmal lösen. Er legt erst das V weg mit Veve. Ich bin am Zug. Ich habe diese Buchstaben. Ben hat noch CD, MNU und das Rätsel jetzt an euch. Was muss ich legen, um mir den Sieg zu sichern? Ich suchte im Spiel also fünfmal das ganze Brett ab, was Ben noch machen kann. Denn das Entscheidende ist natürlich, was kann er mit seinem C machen? Das ist ja das Problem. Ich habe keine Stelle dafür gesehen, nach vier oder fünfmal alles absuchen auf dem Feld. Habe mir dann überlegt, was ich mit meinem Buchstaben machen will. Legte Bär an dieser Stelle. Drücke die Uhr und merke zwei Sekunden später, ah, Ben kann Cup legen. Hier, C-U-P. Völlig normales Wort. Völlig offensichtlich. Auch nicht irgendwie versteckt, sondern mittendrin. Und wie ich das nicht sehen kann, wie das mit der Psychologie im Scrabble funktioniert, werde ich nie verstehen. Kann ich euch nicht erklären. Etwas, was ich im Schlaf sehe, überprüfe ich hier fünfmal und sehe es nicht. Und Ben war natürlich ebenfalls ein bisschen verwundert darüber. Da wusste er, denke ich, genau wie ich schon, jetzt hat er es gewonnen. Denn ich habe noch D, S und W. Aber er kann mit seinen Buchstaben, DMN, noch zu viele Punkte machen. Er kann Letze verlängern, das ist ein Adjektiv, kann da das M dranhängen. Er kann an die Mahonie das N dranhängen für Mahonien. Und ich habe noch mein S für Panjes, aber ich muss erst mal das W loswerden mit wo. Und dann bringt mir das nichts mehr. Und das Spiel endet mit einem knappen Sieg für ihn. Und um kurz zu erwähnen, was ich hätte machen sollen, hier mein D hinlegen wäre es gewesen. Dann ist der Cup blockiert und meine anderen Buchstaben werde ich auch noch los. Ben bleibt auf dem C sitzen und dadurch hätte ich es gewonnen. Okay, also dramatisch verloren gegen Ben. Und damit dachte ich, okay, jetzt, damit habe ich quasi eben den Turniersieg wahrscheinlich schon so ein bisschen geschenkt. Denn vor diesem Spiel war er ja bei 3 zu 2 und ich bei 4 zu 1. Das heißt, mit dem Sieg hätte ich zwei Siege Vorsprung vor ihm gehabt. So hat er ausgeglichen zu 4 zu 2 und ich war auch bei 4 zu 2 und noch ein paar andere Leute. In der letzten Runde an diesem Tag gewannen wir dann beide, waren beide bei 5 zu 2 und noch drei weitere Leute. Das heißt, da ging es sehr eng zu und die anderen haben natürlich auch noch eine sehr gute Turniergewinnchance. Aber ganz klar in der Pole Position ist jetzt Ben, da er ja den Vorsprung bei der Punkte-Differenz hat, wie man hier auch sieht. Das heißt, wenn er seine verbleibenden drei Spiele gewinnt, dann gewinnt er das Turnier, weil wir diese hunderte von Punkte-Differenz kaum noch aufholen können. Sollte er ein Spiel verlieren und ich meine drei alle gewinnen, dann wäre ich natürlich vorne, wenn sonst niemand Schritt hält. Aber das kam mir schon nicht mehr so unwahrscheinlich vor. Aber im Scrabble weiß man nie. Und damit gehen wir zum nächsten Spiel am nächsten Tag, dem ersten von den drei noch verbliebenen. Denn das wurde dann auch noch so ein Krimi. Dabei ging es sehr entspannt für mich los, nämlich mit Blanco auf der Startbank und einem einfachen Bingo. Du mogelst. Bezuges kam von ihr zurück und normalerweise, wenn man direkt mit dem Bingo anfängt, steht die Chance erstmal sehr gut. Sollte man in den meisten Fällen nach Hause fahren können. Aber hier war dann erstmal ein bisschen der Wurm drin bei mir. Die nächsten Bänke sahen jeweils recht gut aus, nachdem ich hier erstmal das J loswerde mit Job. Job. Danach sah es sehr gut aus. Hier kann ich mit Tick sparen und Eilte behalten. E-E-I-L-T. Das ist so eine gute Restbank, dass sehr oft ein Bingo draus werden wird. Aber hier klappt es nicht. Es ist zwar ein Bingo in der Bank. Enteile. Aber der geht nirgendwo hin. Und auch sonst gibt es keine Möglichkeit. Und dann sind diese Bänke blöd, wo man nur so niedrigpunktige Buchstaben hat. Denn dann kann man eben auch wenig Punkte damit machen. Mit Cent habe ich hier dann noch 18 Punkte gemacht. Aber dann kam der Bingo von ihr und wir waren wieder bei Gleichstand. Ich ziehe das W und das U zu meiner Restbank dazu. Und noch einen weiteren Buchstaben. Was hatte ich behalten? E-E-I-L habe ich behalten. Also ich ziehe T, U und W dazu. Und nehme dann hier jetzt die Punkte mit Weite. Statt dass ich nochmal mit Wut spare oder so. Denn das lohnt sich dann so schon. Sagt auch die Computeranalyse. Sie liegt Made. Und bei mir geht es mittelprächtig weiter. Zwei U's und ich muss erstmal Kudu legen für 14. Es kommt irgendwie nicht so richtig zusammen bei mir. Und spätestens an diesem Punkt dachte ich dann auch schon, ich muss doch irgendwas übersehen. Ich ziehe immer eigentlich gut aussehende Buchstaben, aber kann so wenig Punkte machen. Aber manchmal ist es tatsächlich so. Und dazu mache ich dann die Computeranalyse, dass ich später weiß, habe ich was übersehen oder war alles richtig. Und hier war tatsächlich nichts übersehen, sondern ich habe es genau richtig gespielt. Auch hier Cis für sechs Punkte ist der beste Zug, weil die Restbank Trinke so super ist, dass oft ein Bingo draus werden wird. Aber wieder klappt es nicht. Ich ziehe das X. Immerhin 34 Punkte dafür, aber kein Bingo. Und dann hätte ich den Bingo gehabt mit betrinkt. Aber sie machte ihn gerade noch zu mit dem Äther. Denn an das T-Wege natürlich mein Bingo gegangen. Also so ein bisschen ein verflixtes Spiel. Und dadurch liegt sie jetzt vorne. Ich mache dann hier, das ist schon ein bisschen zu riskant, hier aufzumachen mit Kerb. Das war dann nicht mehr optimal. Aber es passiert nichts Schlimmes. Sie macht 18 Punkte, macht die Stelle zu mit Bauen. Und wir haben nach meinem nächsten Zug Hut wieder gute Bank. Wieder kann ich kein Bingo draus machen. Nach diesem Zug haben wir quasi Gleichstand. Aber dann kam der Schreck für mich. Nämlich dieser Bingo von ihr. Ein Q-Bingo mit 70 Punkten an fast der einzigen Stelle, die es hier noch gibt für Bingos. Querenz. Und vor allem sieht man auch, ich habe das Wort Intimes auf der Bank. Und hatte also diese Stelle auch im Blick, um da meinen Bingo hinzulegen. Wartete, ob sie was anderes vielleicht woanders hinlegt. Und sie legt nicht nur die Stelle zu, sondern macht da 70 Punkte. Und da dachte ich natürlich, okay, das war es mit dem Turnier. Ben gewinnt bestimmt seine Spiele. Und dann habe ich es aber auch verdient, dadurch, dass ich ihm den Sieg so geschenkt habe. Aber in diesem Spiel lief es dann eben wieder ganz anders. Und hier ist jetzt erstmal die interessante Situation. Nach einer Weile merkte ich dann hier, ich habe ja noch einen Bingo an einer anderen Stelle. Den könnt ihr auch gerne suchen, wenn ihr wollt. Der lautet Einmist von Einmessen. Das passt hier hin, dank T. Und dann habe ich überlegt, ob man den überhaupt spielen sollte. Denn manchmal ist es nicht richtig, einen Bingo kurz vor Schluss zu spielen. Weil man dadurch dann schlechte Buchstaben, die noch kommen, nachziehen kann. Und vielleicht mit einem anderen sehr punktreichen Zug besser fährt. Und die Alternative ist hier Seim an dieser Stelle. So. Denn das sind 45 Punkte. Und damit nicht viel weniger als der Bingo. Und man behält immerhin noch drei gute Buchstaben. Macht eine neue Bingo-Stelle auf. Hier an das S dran, oben. Und da habe ich lange überlegt, ob das nicht vielleicht besser ist. Tatsächlich ist der Bingo aber der richtige Zug. Von daher gut, dass ich es dann doch noch so entschieden habe. Jetzt sind wir fast bei Gleichstand und es wird spannend. Sie legt Fahr hier hin. Nur neun Punkte. War ich froh, dass sie keinen besseren Zug hier hatte an der Stelle. Sie hat mir nach dem Spiel gesagt, dass sie damit Apex blockieren wollte. Hier bei, neben der Stelle, wo sie Fahr gelegt hat, geht das P rein. Hopi und Apex ergibt sich dann. Das ist was, was ich überhaupt nicht gesehen habe. Also unglaubliche Übersicht von hier an der Stelle. Ich weiß nicht, ob man das blockieren muss. Aber sicher hatte ihr Zug auch noch andere Gründe. Aber das war ein Hintergedanke, meinen sie sich später. Hätte ich, glaube ich, nicht gesehen, wenn ich das P gehabt hätte. Und jetzt hatte ich eine sehr interessante Entscheidung. Diese Buchstaben hier. Und das Interessante hier ist weiterhin die Stelle, an der ich gerade Seim hätte legen können. Denn es gibt auch das Wort Feim. F-E-I-M an der Stelle, wenn man sich das L mal als E denkt hier. Und das wären über 50 Punkte, wenn ich das bekommen kann. Mir fehlt nur das E und es kommen noch zwei Es. Das heißt, idealerweise will ich einen Zug spielen, der F-I-M behält. Und das geht hier schön mit Mühen. Das Ü möchte ich eh loswerden. 24 Punkte. Und dann habe ich gleich die Chance auf Feim an der Stelle. Und die Computeranalyse findet das trotzdem nicht ganz richtig. Sondern möchte Fliehen spielen an der Stelle und M-Ü behalten. Und ich habe keine Ahnung, warum. Manchmal verstehe ich Scrabble einfach überhaupt nicht. Manchmal hat auch die Computeranalyse nicht recht. Aber kann ich euch nicht erklären, warum das besser sein soll. Ich fand die Idee mit Mühen sehr gut. Funktioniert hat sie nicht. Denn ich habe kein E bekommen. Sie hat ein E und legt damit da unten den. Und jetzt kommt der schöne Zug. Der Interessante, der dieses Spiel dann entschieden hat. Den ich euch gerne als Rätsel geben möchte. Ihr habt diese sieben Buchstaben. Ihr könnt euch eine Gewinnchance erarbeiten. Wie macht ihr das? Es gibt im Grunde zwei Lösungen. Es gibt eine Möglichkeit, hier jetzt schon sehr viele Punkte zu machen und dadurch quasi wahrscheinlich zu gewinnen. Oder es gibt eine Möglichkeit, sich sehr viele Punkte zu ermöglichen und dadurch wahrscheinlich zu gewinnen. Hier kommen die Lösungen. Der Punktezug jetzt ist Olims, des Olims oder auch ohne das S. Olims, den habe ich nicht gesehen, obwohl ich an der Stelle geschaut habe. Aber ein Wort mit Vokal anzufangen, das sind Wörter, die ich oft übersehe. Ich habe hier mit Flip überlegt, wenn ab UP ein Wort wege, geht leider nicht. Und ob es da irgendwas anderes gibt, habe ich geschaut. Hatte auch das Gefühl, irgendwas muss doch geben. Aber Olims habe ich nicht gesehen, obwohl ich das Wort kenne. Das sind so viele Punkte, über 50, dass es wahrscheinlich gewinnt. Aber die andere Option gewinnt, ähnlich wahrscheinlich. Und die habe ich gespielt und die hat mir so einen Spaß gemacht. Weil ich Setups so gern mag, Züge, die den nächsten Zug vorlegen. Und das geht hier mit Pi, hier links. Denn wenn man das hinlegt, weiß jeder, der lange Scrabble spielt, schauen, was der Punkt ist. O, Pi ist die Verlängerung. Ich habe das O, es kommt kein O mehr. Und ich behalte die Buchstaben für das obskure Wort Flom, des Floms. Und das sind 55 Punkte, wenn ich es gleich da hinlegen kann. Und das Gute ist, ich kann das gleich da hinlegen, denn sie kann da gar nicht hin. Sie kann überhaupt nicht an die Stelle. Sie kann ein E und U haben als Vokale. Aber das bringt ihr hier nichts. Also sie kann dann vielleicht gleich pur da hinlegen oder so. Aber dann hat sie viel zu viele Punkte geopfert. Und das heißt, der Zug ist quasi nicht verhinderbar. Und das sind natürlich immer die besten Setups. Und damit sind ihr quasi die Hände gebunden. Da dachte ich schon, okay, jetzt kann mir nichts mehr passieren. Selbst wenn ich das V ziehe, müsste ich es gewinnen. Aber dabei habe ich ein Szenario nicht bedacht, was dann passierte. Nämlich das, was sie jetzt spielte. Man sieht hier Ege-Buchstaben. Was macht sie damit? Auch das könnt ihr gerne rätseln. Sie streuselt mir diesen Bingo hier hin. Ich habe überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass hier noch Platz für einen Bingo ist. Oder dass die Buchstaben dazu passen könnten. Und sie legt hier den Streusel hin. Aber es reicht trotzdem noch für mich. Was jetzt Glück war, denn jetzt kam es darauf an, wer das V zieht. Und zu meinem Glück hat sie es gezogen. Das V ist hier nicht mehr spielbar. Und ich muss jetzt nur noch schauen, dass ich mein N an diese Stelle hier rechts unten lege. Für Äther und Ätern und Trögen. Äther hat tatsächlich ein Plural. So, dass sie ihr N, das sie auch noch hat, nicht da hinlegen kann. Sonst hätte sie vielleicht noch zu viele Punkte machen können. So kann sie ihr N nur noch an das Ö dranlegen. Für Nö. Und ich kann jetzt mit sehr viel Freude Flohms für 55 da hinlegen. Natürlich ist es ärgerlich, wenn man ein Spiel so verliert. Aber sie hat das sehr sportlich genommen. Fand ich super. Und so konnte ich mich über diesen Sieg freuen. Und gleichzeitig, dann passen wir beide, weil ich mein G auch nicht mehr loswerde. Von daher wäre es sogar optimal gewesen, wahrscheinlich Golfs zu spielen. Und dann mein M noch woanders hinzulegen. Aber so geht es auch. Ich gewinne und am Tisch neben mir verliert Ben gegen eine andere Turnierfavoritin. Was natürlich immer mal passieren kann. Aber irgendwie habe ich trotzdem überhaupt nicht damit gerechnet. Er spielte in diesem Spiel zwar den schönen Bingo Fangnetz. Aber gereicht hat es trotzdem nicht. Und damit bin plötzlich ich vorne. Und wenn ich meine letzten beiden Spiele gewinne, gewinne ich das Turnier. Ja, und Schritt 1 davon wurde mir dann von den Buchstaben-Feen sehr einfach gemacht. Insgesamt hatte ich in diesem Turnier nicht unbedingt Glück mit den Buchstaben. Aber in diesem Spiel definitiv erstmal hier den Start-Bingo bekommen. Kultige. Dann, nachdem ich einen Zug sparen musste, den nächsten. Und dann hier direkt den dritten. Und da könnt ihr gerne suchen, ob ihr eine Option findet. Ob ihr die teuerste Option findet. Hier kommen alle Lösungen. Ein paar davon kann man finden. Angriffs ist sicherlich, ja, findbar. Framings vielleicht auch. Fransige, phasigigen. Flintglas hätte ich jetzt eher nicht gekannt. Aber dafür macht man die Computeranalyse. Aber es geht eben noch teurer. Hier fransig. Und Raftings ist die teuerste Option. Man sieht auch, dass S hier unten zu dem dreifachen Wortwert kann man nicht nutzen. Und Raftings bringt dann die meisten Punkte. Und das kannte ich auch und konnte es hier legen. Und dann, ja, war da nicht mehr viel Spannung drin in diesem Spiel. Anleger war hier mein vierter Bingo. Und dann kam von ihm noch einer zur Ehrenrettung sozusagen. Und ich kam auf 500 am Ende. Das heißt, Schritt 1, gut geschafft. Letzte Runde des Turniers muss ich gewinnen, um das Turnier zu gewinnen. Sollte ich verlieren, könnte Ben mich noch überholen. Und gegen wen spiele ich in der letzten Runde? Gegen Monika Weber, meine Mitstreiterin vom Club in Saarbrücken und vom Saarland-Turnier. Und das war dann natürlich wunderbar. Wir kennen uns schon lange und spielen ständig gegeneinander. Und das Spiel schauen wir uns auch noch kurz an. Begann wieder gut für mich mit der Startbank. Hier kann man 40 Punkte machen mit Täufer. Schöner Zug übrigens auch Future. Und das A behalten, wenn man das gut findet. Aber Täufer sind natürlich deutlich mehr Punkte. Min von ihr. Hier muss ich erstmal ein bisschen komische Buchstaben aufräumen. Indult war hier mein Zug. Auf Lutwege auch eine gute und sicherlich bekanntere Option gewesen. Sie tauscht und ich spare auf einen Bingo, indem ich hier sechs dieser Buchstaben behalte und nur das Ö weglege. Statt vielleicht mehr Punkte zu nehmen mit Ölte oder so. Aber wenn man nur das Ö weglegt, kann man ein paar Buchstaben durchgehen und erkennen, dass mit sehr, sehr vielen Buchstaben aus dem Alphabet sich mit dieser Kombination ein Bingo ergibt. Und von daher habe ich die Chance auf den Bingo genommen und auch bekommen. Laugtet an dieser Stelle. Und hier gleich der nächste Bingo. Auch wenn ich den fast übersehen hätte, dass ich hier gemessene an das E da von oben nach unten legen kann. Aber ich habe es noch gesehen. Und dadurch war ich schon weit vorne. Kurz danach den ersten Blanco bekommen. Und ein Boot als nächsten Bingo legen können. 220 Punkte Vorsprung. Und wir haben jetzt schon viele verrückte Dinge gesehen in den Spielen vorher. Aber da passiert nichts mehr. Und kurz danach war dann also klar, dass ich das tatsächlich gewonnen hatte. Und ich zweifelte hier noch ihren Bingo an. Weil ich bei gemerkte unsicher war. Kann etwas gemerkt worden sein. Aber, also man ist da knallhart. Ich gönne hier den Bingo nicht. Aber es ist gültig. Von daher konnte sie ihn hier durchaus noch landen. Ich mache 32 Punkte für Judo und lege meinen V noch weg. Und bald darauf hatte sie dann, was sie ganz nett fand, noch Weber als letzte Buchstaben auf der Bank. Also ihren Nachnamen. Und das Spiel endete schiedlich friedlich mit hohem Vorsprung für mich. Und damit geht das Turnier ganz unerwartet doch noch an mich. Also da habe ich wirklich nicht mehr mit gerechnet. Und von daher freut man sich umso mehr. Auch wenn es dann vielleicht auch nicht unbedingt verdient ist. Wenn ich ja gegen Ben das Spiel so hergeschenkt habe. Aber in den anderen Spielen habe ich sehr gut gespielt. Von daher passt das vielleicht schon. Weiß ich nicht. Schöner Abschluss für meinen Scrabble-Monat. Platz 3, Platz 2, Platz 1. In Mannheim jetzt dreimal gewonnen. Komme ich immer wieder sehr gerne her. Es gibt schöne Urkunden. Es gibt generell schöne Bedingungen dort. Danke nochmal für die tolle Organisation. Und ich habe es glaube ich vergessen zu erwähnen. Deshalb erwähne ich es jetzt noch. Der Scrabble-Club in Mannheim ist der älteste in Deutschland. Der am längsten bestehende. Da sind die ganz stolz drauf. Deshalb möchte ich das hier noch erwähnen. Und ein schöner Club. Wenn ihr dort halbwegs in der Nähe seid, guckt da mal vorbei. Könnt mich fragen oder bei Scrabble-Info schauen nach den jeweiligen Terminen. Das war es von meiner Seite wahrscheinlich erstmal für einige Zeit mit Turnierrückblicken. Denn in diesem Jahr spiele ich möglicherweise gar keins mehr. Vielleicht eins im August und vielleicht im November. Aber das steht beides noch in den Stern. Müssen wir also schauen. Deshalb geht es hier eher weiter mit meinem üblichen Scrabble-Content. Strategie-Videos und so weiter. Sagt mir gerne Bescheid, wenn ihr da irgendwas Bestimmtes sehen wollt. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal.